maßlose gier und abzocke wollen sie und millionen andere menschen in deutschland rentnerinnen und rentner für stinkreiche unternehmen eine gaspreisumlage zahlen mein name ist peter knöppel ich bin rechtsanwalt und rentenberater von rentenbescheid24.de die gaspreisumlage die zum 1. oktober 2022 kommt wird uns allen sehr teuer zu stehen kommen 34 milliarden euro sollen an unternehmen ausgeschüttet werden die wegen dem verteuerten einkauf von gas importen vor dem finanziellen ruin stehen bei juniper allein sind es im jahr 2022 12 milliarden euro verlust am 24 8 22 kamen die ersten nachrichten und am 25 8 offenbarte es sich in voller wucht im internet und auch in den medien 12 energieunternehmen auch ausländische sind dabei haben forderungen auf die gaspreisumlage gestellt sie haben sich in eine liste eintragen lassen und wollen einen teil der umlage mit kassieren unternehmen wie die enbw tochter vng umv aus österreich ewe oldenburg die schweizer axpo ag und die enet energie nur um ein paar zu nennen alles unternehmen die milliarden gewinne im jahr 2021 und auch in den ersten monaten 22 geschrieben haben die gaspreisumlage ist dafür gedacht unternehmen vor der insolvenz zu schützen und nicht deren gewinne zu sichern allein die ankündigung dass sich diese unternehmen auf die liste gesetzt haben trieb die aktienkurse von diesen unternehmen nach oben die shareholder haben in die hände geklatscht was mich wirklich wütend macht und das ist wirklich nicht mehr auszuhalten dass sich diese unternehmen es sich wagen denen es wirtschaftlich richtig gut geht die umlage zu fordern alle diese unternehmen haben gesichter vorstände und aufsichtsräte deren profitgier offensichtlich keine grenzen mehr kennen schuld daran dass es soweit überhaupt erst kommen konnte ist aber allein minister habeck der die möglichkeit der gasumlage in einer rechtsverordnung schaffte und dabei wahrscheinlich schwere handwerkliche fehler gemacht hat warum sollen wir die einfachen bürger in diesem land für stinkreiche unternehmen und gierige unternehmen auch noch zahlen diese haben genug geld auf ihren konten und können locker alles bezahlen geld was viele millionen menschen und rentner nicht mehr haben oder nie hatten die hohe inflation hat massiv in diesem jahr vermögen vernichtet rücklagen aufgebraucht die menschen wissen nicht mehr wie sie die nächsten monate über die runden kommen sollen dafür feiern sich diese gierigen vorstände der abzock unternehmen die hier auf der liste stehen also ich bin wirklich sprachlos saskia espen von der spd brachte es auf den punkt wir können die gasumlage im bundestag zu fall bringen eine ganz klare ansage an die regierung finanzminister lindner hat erst kürzlich millionen menschen in deutschland eine mitnahme mentalität wegen dem neuen euro ticket vorgeworfen das muss man sich mal vorstellen meine damen und herren und was passiert jetzt schweigen von herrn lindner wenn es um die gier und die abzock mentalität der genannten unternehmen geht lindner verweigert sogar die übergewinnsteuer obwohl hier das geld sitzt um sich an den kosten der energiekrise schon alleine aus solidarität heraus zu beteiligen bockig lehnt er sie sogar ab weil er für sein reiches klientel als minister in die historie eingehen will der keine steuern erhöht hat aber wir die menschen in deutschland sollen zahlen und ich kann die wut und die verzweiflung der leute wirklich verstehen wir sitzen alle in ein boot für mich wird finanzminister lindner immer mehr zum gesicht dieser arroganz und der lakaienwirtschaft für die energiekonzerne wer geld von menschen also von uns aus solidarität haben will muss auch steuern auf seine maßlosen gewinne zahlen dies muss lindner endlich begreifen oder er muss einfach zurücktreten herr lindner lassen sie sich bitte die gasumlage nicht gefallen zahlen sie nur unter vorbehalt klagen sie wenn sie können dagegen protestieren sie schreiben sie an die regierung schreiben sie an ihre abgeordneten gehen sie wenn notwendig auch auf die straße protest und demonstrationen sind ein legitimes mittel um dem treiben der regierung einhalt zu gebieten wenn notwendig auch mit deren rücktritt unser land die menschen der mittelstand die kleinen und mittleren unternehmen bluten für das handeln dieser regierung wenn nicht umgehend die regierung eine übergewinnsteuer und massive entlastung auf dem weg bringen droht unserem land wirklich ein heißer herbst und winter sogar aufstände können folgen schuld daran hat dann nur diese regierung näheres zu diesem thema finden sie auf www rentenbescheid24.de ich wünsche ihnen eine rentenstarke woche ihr rechtsanwalt und rentenberater peter knöppel